20 Folgen Omen Play and Perform haben bereits das Licht der Welt erblickt. Versteht sich wohl von selbst, dass dabei nicht immer alles bierernst zugeht oder glatt läuft. Blicken wir zum Jahresende einmal hinter die Kulissen und auf die alltäglichen Pannen und Scherze am Set. Aber falls ihr noch Fragen zu den beiden Spielen habt oder zu anderen, haben wir es... Und Miracle stirbt nicht, doch er überlebt gerade so und dann... Ihr seid richtig krasse Caster ey. Ach ja, da war ja dieses G2 Ding, wo die auch nicht die Fuse haben auf diesem Turnier. Das waren die? Ja, ja. Was für Lappen? Ja, richtige. Aber gut. Ja, für Lappen. Das mit dem Lappen schneid mal nicht rein. Das ist das spektakulär, aber erkenne ja noch einmal, aber nicht fertig. Ich verlese. So was gab es aber auch noch nicht bis jetzt, oder? Dass wir es einfach vergessen haben. Da musst du mal die Matze fragen, also der weiß das vielleicht ein bisschen besser. Ja, das in Counter-Strike glaub ich ganz gut, ja. Und dann schneiden wir auf Matze. Das liegt an mir. Ich bin so labbrig. Der T-Shirt spiegelt seinen Träger. Okay. Krass. Danke für diese Info. Ich bin lila. Sexuell unbefriedigt. Das war dann... New Legends Stage? Ja. Höhen. Axis stoppt working. Aber jetzt mal ehrlich, er ist fast tot und komplett allein. Wie soll das denn noch schief gehen, bitte? Allein? Allein, ja. Allein. Allein. Mann, das kann doch nicht sein. Jedes Mal verliere ich hier und meine Stürmer können nicht meinen Ball annehmen. So ne Sche... Okay. Vielleicht müssen wir jetzt irgendwie äh... Mal schauen, ob WoW Classic ohne die World First Rennen auch noch den Hype gerecht wird. Oder... Oder ab nun... Ab von nun an ist wieder... Die Neuerungen bringen eine ganze Palette neuer... Was ist denn mit seiner Säge los? Das ist der Säge-Bärt, ja. Säge-Bärt aus Bad Säge-Berg. Er hat einen Bonus auf seine Auto-Attacks. Daumen und Seil. Daumen und Finger. Doppelschein. Die Angel als völlig neues Item lässt sich auf jeden... Nein, verdammt. Ich bin so unruhig, weil wenn ich immer Angst haben muss, dass er gleich wieder loslegt. Warte, der kommt gleich wieder. Ich spür's. Verdammt. Voll verfehlt. Ich war mir jetzt nicht sicher, soll ich mich jetzt hinpacken oder was? FIFA 20 ist erschienen und muss sich wieder der alljährlichen Diskussion stellen. Okay, das hat nicht funktioniert. Okay, vielleicht werfen wir es auch doch nicht weg. Doch, wir werfen das weg. Okay, wir werfen es weg. Das war's auf jeden Fall wieder für diese Woche von OMEN PLAY AND PERFORM. Wenn ihr bestimmte Themen sehen wollt, dann schreibt mir eine Postkarte. Ich schwörte mich nicht. Ich hab's echt interessiert. Ich hab's noch echt gesagt. Es sport.